Ist das hier die THC-Gruppe? Nee, das hier ist Alkohol. Es gibt einfach keinen Abend mehr, wo du dich nicht völlig wegschießt. Friedrich Lau und Nora Tschirner. Ich trinke keinen Schluck Alkohol, bis ich meinen Führerschein bin. Einen Monat ziehst du es durch, länger nicht. In einem außergewöhnlichen Film über Unabhängigkeit. One for the Road im Kino.